Hallo meine lieben und willkommen zu meinem kanal wenn du mit dem häkeln anfangen möchtest dann bist du hier gerade richtig denn wir werden schritt für schritt und video nach video jeder häkelpunkt lernen lernen wie es funktioniert und auch lernen wie der diagramm ist damit wir später die anleitung besser lesen können und viel spaß an unsere projekte haben und die erste masche die alle wichtigste die alle einfachste die masche die jede arbeit anfängt ist die luftmasche so ist sie dargestellt ein cooler jeder cooler eine luftmasche und so funktioniert das jetzt können wir anfangen ein umschlag und durchziehen so sieht das aus wenn du damit üben möchtest ich hab hier eine arbeit wo man nur kettchen kann von luftmaschen braucht und in der kommentar werde ich nach und nach ein paar links addieren na also schöne werke nur mit luftmaschen das macht spaß bis dennne tschüssi ein Untertitelung des ZDF, 2020